Gibt es überhaupt einen Markt für Personal Trainer und Ernährungscoaches? Wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft und ich denke, wenn wir Leistungen erbringen wollen, brauchen wir die Gesundheit. Die Gesundheit bildet das Fundament im Leben. Und sehr viele Menschen sind in dieser Balance, auch überfordert von diesen Informationen, die wir da tagtäglich konsumieren. Und genau hier kommen eben diese Personal Trainer und Ernährungscoaches zum Zug. Es ergeben sich neue Märkte, es entstehen neue Möglichkeiten und ich denke, wenn man da wirklich Interesse an Menschen hat und Interesse hat, die Bedürfnisse der Menschen zu klären und etwas dazu beizutragen, dass die Welt darauf ein bisschen besser wird, weil wir eben auch Wert darauf legen, gesünder zu leben, dann glaube ich, dass das wirklich eine Chance sein kann für Personal Trainer, sowie aber auch für Ernährungscoaches.